so und damit willkommen zurück es geht weiter ich weiß noch nicht wo ich habe eigentlich gar keine lust auf auch nur auf eine dieser schlachten aber hilft ja nichts so habe ich den hexenkönig gegen drogas das verliert der hexenkönig soll ich doiguldur zuerst einnehmen ist auch nicht sehr viel besser ich habe tatsächlich keinen bock auf irgendeine von diesen schlachten sind alle doof alle doof zu schlagen gut der gegner hat eine festung und alles das ist bedingt problematisch aber gut mal schauen vielleicht geht es ja irgendwie sehr sehr ehrlich dass ich das eine verloren habe dass da die bogenschütze es war so knapp ein gebäude und ich hätte es geschafft ich hätte ich hätte den baumeister mehr babysitten müssen statt dem statt dem ballrock weil der ballrock kann von alleine angreifen es war das war ein fehler ist schade ist sehr schade aber so ist es nun mal so passt nur kriege ich alles hin ah ja Gut, dass die so viel aushalten, obwohl die in den Rücken gestochen werden, ist schon heftig. Dass die einen Schaden machen, ey. Krass. Ich brauche ganz viele Bogenschützen, weil Bogenschützen sind wichtig, ernsthaft. Jetzt hat er das eingenommen. Baumeister töten. So. Da kommt Drogoth. Drogoth, das feiten wir bitte nicht. So, wenn der jetzt hierherkommt. Gut. Der geht mal runter hier, weil gegen Drogoth in... Näh. Einfach nur nein. Möchtest du... Obwohl, wir können den... Wir können ihn fighten. Wir können es versuchen, sag mal so. Oh, der kriegt ja gut aufs Maul jetzt. Das ist schön. Okay, easy. Ja, mit Bogenschützen-Support geht da was. Du kannst mal kreischeln. Und dann da Schaden machen. Gut. Boah, das tat gut weh. Gut. Weiter geht's. Interessant. Interessant. So. So, der kann da rüber. So. Gut. M. M ist kein guter Hotkey. Boah, die Orks machen hier gut Damage, ne? Das ist nice. So, erst das Ding einnehmen, weil das läuft jetzt nicht weg. So. Gut. Das halte ich für ein Gerücht. Gut, dann kann er wieder hoch. So. Genau. Gut, also geht. Habe ich mir schlimmer vorgestellt, geht. Dass ich die eine Schlacht verloren habe, das ätzt mich an. Könnt ihr euch nicht vorstellen? Ah, weil ich hatte es eigentlich. Na, ich hatte es. Und dann ist es mir durch die Finger geglitten. So verdammt knapp. Ist das ärgerlich. Ich werde das Spiel trotzdem gewinnen, aber es kostet mich halt wieder 1-2 Runden mehr, ne? Muss man halt wirklich so sagen. Absolut unnötig. Absolut unnötig. So. Machen wir mal hier. Das tut dir leid. So. Der haut mal ein bisschen ab, weil... Ich will hier jetzt keine Schaden nehmen. So. Tschüss, Baumeister. Oh, der hat da... Ein Katapult, Schleuder, irgendwas. Ding. Klass. So. Okay. Ja, dann führen wir halt weniger Soldaten. Ist ja auch okay. Wen interessiert es? Ah, Spinnen kommen durch. Ganz toll. Aber es sind nur ein paar... Oh, Mann. Die machen aber gut Schaden. Okay, er gibt auf. Sehr schön. Oh, warte mal. Ich brauche ja... Ah? Ja gut, sind nur Orks. Sind nur Orks. Die ich vielleicht verliere und nicht behalten darf. Egal. Das ist nicht so schlimm. Da habe ich halt statt 5 Orks 2. Ja. Gut. Wird mal sehen. Ne? Wird mal sehen. So. Passt schon. Also. Der wurde besiegt. Speichern. Und dann... Ich weiß nicht. Dol Guldur dauert halt so lange. Machen wir mal die Schlag. Die dauert auch lange, aber... Hilft ja nix. Oh Gott. Na gut. Oh Mensch. Das Gähnen des Todes. Das waren noch gute Zeiten. Aber vor allem waren es glückliche Zeiten. Also wir nehmen mit. Das alles. Das alles. Das alles. Passt. Fertig. So. Muss hier wieder ein paar Dinge machen. Gut. Passt, ne? Passt. Ganz einfach. Dun 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 dun. Haaa. So. Ist egal. Ja. Das machen wir später, das Abbräut, weil ich hier kein Geld habe. Zuhören. Hm. So. Ja, der kann aufs Türchen. Das ist egal. Soll er kleine Böhmchen aufs Türchen schmeißen. Was für eine Riesenpforte. Krass, Mann. Jetzt wird's gekämpft. Hoch mit euch, ihr Maden. Auf dieser Böhmchen. Hätten sich aufzuläst. Halte alle Reise. Der hat erst nicht gepaulet. Der baut in die Richtung. Der andere baut in die andere Richtung. Einmal. So. Vier von jedem. Passt. Ja, passt. so der drache wurde noch nicht besiegt auch sehr interessant bisweilen war nämlich sonst immer zu der zeit an tod aber ja schwupp schwuppi wubi wupp 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 was macht man noch 2 orks wo das passt 345 so eine grube will ich noch ok so dann wird ausgebildet so wo bauen wir weiter hier im gang gefällt mir nicht so gut na komm bisschen mehr geld so einer von diesen feuer drachen alter dann warte ich halt so sollen wir recht sein dann warte ich eben hier geht gar nichts hier geht gar nichts cool ich kann die barrikade an den stellen da geht's hin doch da kannst du bauen so der feuer drach ist los sehr schön das ist gut das haben sie zerstört nicht so schön das gehört uns nice so jetzt aber boom boom ja das dauert halt immer diese schlacht ist sie groß genug ich würde sagen nee aber wie gemeint irgendwo da geht doch was so jetzt habe ich gar keins dieser gebäude oh wow so drachlinge töten oder drachbrut feuring leute whatever interessant so da kommt seine dunkelheit gleich danach gleich danach kommt meine gut passt irgendwo hier müsste aber was gehen ganz im ernst so macht der da wie läuft der denn okay sehr seltsam sehr seltsam na gut ja nö ich muss ja meinen schwachsinn nicht verschwenden man muss nicht sein so Lührme bauen Lührme sind immer wichtig der drachling stirbt bald deswegen ziehen wir den erstmal zurück alles upgraden so drachlinge die können wir weghauen genau und weiter geht's aha cool jetzt kann ich das endlich sinnvoll benutzen oh der kostet nur 300 ja gut dann darf er so schwach sein der Lurm wenn der nur 300 kostet ich dachte der kostet 500 aber 300 ist ja geschenkt tatsächlich so gut passt 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 aggressive barrikade stellen passt passt wir haben viel zu tun ahja kann man mal machen ne noch einen zweiten drachen lass uns viele kleine drachen machen so so all right da hat's nen baumeister den würde ich gerne töten gut 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 der riese aber der kommt raus und stirbt fast sofort das hat wenig schaden gemacht und schon das war ein teurer riese baumeister ist auch weg gut gut gewonnen free win dankeschön einfach nur mit orcspam so gut ganz schön viele bogenschützen hier ne macht aber nix er könnte auch aufgeben theoretisch er hat die möglichkeit bestünde für ihn jederzeit zu sagen hey das gefällt mir jetzt nicht so wo ist mein feuerdrache überhaupt du mach doch da mal was blöder drache das fahrer der 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 Also Feuer ist nicht sehr gut gegen Steingebäude. Und dabei ist es Drachenfeuer. Eigentlich sollte Drachenfeuer in der Lage sein, je nach Drache und Alter und Stärke und so, Stein schmelzen zu lassen. Zumindest halt anschmelzen zu lassen. Muss ja nicht gleich schmelzen wie Eis in der Sonne, aber so ähnlich. Stattdessen, naja, der Schaden ist sehr unterwältigend. Jetzt gibt er auch. Gut, Episode vorbei. Oh Gott, ich glaube, ich mache hier einen Cut. Mir reicht es schon wieder. Es ist einfach, es macht schon Spaß, aber irgendwo ist es auch ziemlich anstrengend, sich durch ganz Mittelerde zu kämpfen. Wieder und wieder und wieder. Es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Und zack. Gut, speichern. Ende. Ich meine, wir stehen echt gut da, aber das war ätzend. Das hat er echt nicht eingenommen. Krass. Gondor fehlt mir. Ich meine, brauche ich nicht, weil Bonus beim Heldenbau mache ich nicht. Ich habe schon überall, aber... Runen fehlt mir noch. Rowanian, ja. Na gut. Okay. Dann... Oder ich glaube, ich mache Dol Guldur noch. Heyo, da, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions? Put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care. Bye-bye. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017